Kevin Kostner, cooler Hollywood-Star in Flirtlaune, trifft Anna Planken, charmante Moderatorin. Hi, ich bin Anna. Wie Sie sehen, habe ich versucht, mich perfekt auf dieses Interview vorzubereiten. Das ist mein dickes, altes Englisch-Wörterbuch. Aber dann habe ich gelesen, dass Sie mit einer deutschen Frau verheiratet sind und einen deutschen Vater haben. Also können Sie ja vielleicht Deutsch sprechen. Gar nicht? Nein, nein. Und Sie können nicht einen Satz Deutsch. Sie sind hier in Nordrhein-Westfalen, in Jüchen, um ein großes Konzert zu geben. Und unsere Zuschauer kennen Sie als Schauspieler, nicht als Sänger. Warum machen Sie jetzt Musik? Ja, haben Sie Ihre deutsche Stimme mal gehört? Eine Enttäuschung ist der Mann nicht, denn er kann tatsächlich singen. Well, I love to perform, and I love to be with people, and I, like you said, there's people who've watched my movies for 20 years, and we have a chance to have a night tonight like no other, something really that's very close to original. You know, tonight will be a really honest night, because there's nobody between you and me. There's no screen, there's no anybody else's voice. No one can fix what goes wrong, so there's drama, right? Seit vier Jahren spielt Kevin Costner mit seiner Band. Er komponiert Songs, singt und spielt Gitarre. Das Publikum spürt sofort, wie sehr er seinen Auftritt genießt. I had a dream to come play music in Germany. I don't know why I didn't know if anybody would come. You know, the world knows you for your movies, and I never thought to bring my music out. I always had my music. Why not? Warum nicht? I don't know. The movies were going very, very well. I didn't want to try to confuse the careers. Because when people do that, there's usually a weird feeling about it. So I thought, I'm not going to do that. But then Christine, she said, why? Your wife? Yeah. What are you so worried about? Who cares what people think? She said, there's a lot of people that would like to hear you. Als ich ein Kind war, da habe ich gern die Musik aus Bodyguard gehört. Haben Sie ein Lieblingsliebeslied? Well, I like this song, really, I like, yeah, we have a song that I'll sing tonight, maybe. It's called, shoot, what's it called? Oh, it's called The Way That You Love Me. Okay, sounds nice. I like it. Das klingt nett. Können Sie es kurz für uns ansingen? Not now. You gotta pay your money. Okay. Angst, dass seine Musik beim Publikum nicht ankommt, hat Kevin Kostner nicht. Er mag neue Herausforderungen. I like the idea of risking it to win, not doing something because you're afraid you might lose. Ist diese Art des positiven Denkens Ihr Schlüssel zum Erfolg? Was dürfen wir von Kevin Kostner in den nächsten zehn Jahren erwarten? Zehn CDs? I don't know, you know, I don't like to predict my life. I always like to leave the window of opportunity for me to do whatever it is I feel like I want to do. Okay, thank you very much. You're welcome. I like the rest of the day. Thank you. I like the rest of the day. 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 Untertitelung des ZDF, 2020